Nicht nur beim Essen ist Bio das große Thema. Gerade in der Haar- und Hautkosmetik sollte man auf die Inhaltsstoffe achten. Oliver Zimmermann wartet heute mit einer spannenden Produktserie auf uns. Hallo Oliver. Hallo Katharina. Guten Morgen. Heute mit Tee. Kennst du Ayurveda, die Lehre des Lebens? Habe ich schon von gehört. In diesem Geiste hat Labiostetik eine ganze Serie hergestellt, wo wir Haut und Kopfhaut und auch natürlich die Gesichtshaut pflegen können mit Produkten, die zu 99,9% aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Und das ist einfach ein wunderbarer Wellnessgedanke und den zelebrieren wir heute mit einem Modell, was wir für dich vorbereitet haben. Super, ich lasse mich mal überraschen. Komm rein. Hallo liebe Kathrin, grüß dich. Hallo. Wir werden dich heute entführen in die Welt von Labiostetik. Wir werden mit Natural Kosmetik eine wunderbare, entspannende Haarmassage machen, Kopfhautmassage, eine wunderbare Ölkur und dich so richtig verwöhnen, damit der ganze Stress von dir fällt. Ich habe dir hier schon einen leckeren Tee mitgebracht aus der Serie. Du merkst auch schon den Duft, dass es hier angenehm wohlig riecht. Du hast also die Möglichkeit, dich 100% zu entspannen. Wir gucken allerdings gerade nochmal, was wir mit deinen Haaren machen, was wir für einen schönen Schnitt machen, damit du natürlich auch top gestylt bei uns wieder den Salon verlässt. Und super. Wir gucken jetzt mal, was wir mit deinen Haaren machen. Also gerade bekommt hier Kathrin eine wunderbare Kopfmassage. Sie hat nämlich zuvor einen Ölguss bekommen. Ich hatte es eben angedeutet. Es ist eine neue Philosophie, Ayurveda, die Weisheit des Lebens, mit der wir auch dank der Produkte von Biostetik ein wunderbares Wellnessgefühl, ein Spa-Gefühl hier bei Zimmermann zaubern können. Guckt selber, wie sie entspannt. 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 So, Mensch, Kathrin, wunderbar! Das sieht richtig toll aus. Tolle Arbeit, sehr schön gemacht, wunderbar von Kopf bis Fuß. Wichtig ist, wie fühlst du dich? Total entspannt, perfekt. Ja, das freut mich, prima.